Servus Leute, mein Name ist Geboon und wir spielen heute ne Runde MeinMafia zusammen mit dem Basti und dem Tillmann von den Redox Gamers Richtig, moin Leute! So, äh, Runde beginnt in 30 Sekunden Wir haben eben schon ne Runde gezockt, das haben wir ganz schön verkackt Ja, bzw. einfach nur solche Leute die einfach random töten Aber jeder Profi muss sich natürlich erstmal einspielen bevor er richtig los geht Ja, ja klar Ja, vor allen Dingen Tillmann Wir sollten vielleicht mal erklären was denn MeinMafia geht, weil hat sich ein bisschen komisch MeinMafia ist praktisch genau dasselbe wie Trouble in Meinville, so wie wir das kapiert haben Und genau dasselbe wie Trouble in Terrorist Town, wie ihr es vielleicht aus englischen Let's Plays möglicherweise kennen könntet Und es geht los! Oh, wir spielen jetzt schon wieder Oh, erstmal Kiste gesnackt! 2 Kisten! Oh, ich hab schon Bogen und... Ich bleib schwer! So, ne Kiste! Ich hab gar nix! Oh! Hast du da T-Rules? Hat jemand irgendwas für mich von euch? Hört sich an, als würde ich einen rausdrücken Ich hab null bekommen mit Einfermänner mit dir gespawnt Da war keine Kiste! Verdammt! Hier ist schon meine Kiste, oder? So wie ich meine... Doch, doch, doch! Da ist ne Kiste, da ist ne Kiste! Ich hab ein Steinschwert! Nice! Ich hab Bogen und Steinschwert! Nice! Nice! Wir würden nicht sagen was wir sind, ne? Leute! Naja! Ja, also Redox Gamers, ich denke mal ihr könnt ihr schon ahnen sind auch YouTuber Ne! Wie kommst du da rauf? Ja! Das hab ich mir auch grad geweiht! Ich hab sogar noch neun! Ich glaub zur Zeit habt ihr 14 Abos, gell? Also könnt ihr mal vorbeischauen! Ja genau! Äh, sind ja, let's playen eigentlich alles! Keine Ahnung, Hitman, Battlefield, Minecraft, alles mögliche! Ne, Minecraft fangen wir jetzt an, aber das ist ja jetzt auch ziemlich egal! Aber es zählt auch! Ja! Ja klar! BAM! Ich geh testen! Wieso wird mir... Ey! Test! Ey! Was ist denn schon besser? Der hab ich ja immer in einem gekillt! Ich wollte Kabun das Leben retten und wird getötet! Die sind nur solche! Wie? Da ist egal wer du bist, du wirst einfach getötet! Kamavin, Kamavin ist Mafiosi! Wie heißt er? Ne, Ken, Ken Marvin, der hat so einen blauen Skin in so nem komischen Diadem! Und, äh, Theory 1701 anscheinend auch! Okay! Ja, aber ich verpiss mich jetzt ja immer! Die sind beim Spawn! Ich laufe grad so ein bisschen rum! Ähm! Hallo, ungespielt Faker! Ja, hast du so viele Faker unterwegs! Oh! Bist du tot, Simon? Ne, ich lebe noch! Wo bist du? Ähm, glaub ich noch zu Eis, man! What the... What the... Ja, hier ist Piste! Geilen Bogen hab ich auch noch! Okay, vielleicht war der eine Spaten doch kein Traitor! Anscheinend wurde der selbst verraten! Verraten von den Verrätern! Ich hab ne Mafiosi getötet! Nice! Nice! Ich hab am Anfang gedacht mich so, ja komm mach's mal auf Bradley! Jetzt bin wir da! Ähm, duck mich so! Ähm, Schwert halt so angelegt! Ähm, auf einmal rät der Depp auf mich zu! So, wo bist denn du? Ich kann den... Ich kann den Ball... Bist du im Nether? Ja, genau! Ah, ja, okay! Ja! Ich glaub er hat keine Pfeile mehr! Der kommt jetzt hinterher! Doch, er hat Pfeile! Ja, geht! Achtung! Boah! Das war ja wieder mega professionell! Aber naja, diese Aufnahme wäre... Was wart ihr eigentlich? Äh, ich war... Ich war... Ich war auch meine... Was zum Traitor? Guck sie dir an! Und auf einmal machen sie ein Team! Ja! Das sind beides Mafiosis! Löl! Scheiß Wichser! Ja, gut! Das kann ich direkt mal zensieren! Warum? Das ist dein freies Name, hoffe ich doch! Dieses Video wird einfach durchgehend zensiert! Ja, egal! So wie bei Metalfields Video! Pi, pi, pi! Das war Schleichwerbung für euren Kanal! Aber pscht! Pff! Selbstloops stinkt oder was? Erstmal da oben! Ich würde... Danke du Loser! Wieso ist dieser Eisauffallung denn so kaputt? Was ist das denn? Noch irgendeiner von uns? Ich glaube nicht, gell? Nee, deswegen! Ja, dann hängen wir einfach noch eine Runde hinten dran! Bis gleich! Genau, bis gleich! Hier sind wir wieder! Nächste Runde! Es geht wieder weiter nach der... Nubigen Runde von eben! Nubigen zweiten Runde! Ja, bis jetzt ist mir noch keine Meister vom Himmel gefallen! Wie? Wie ich immer da hinten runter? Naja, außer Tömer im Battlefield, ne? Ja! Ja! Er tat! Ich hatte eben ne 16 zu 3 Runde! In Battlefield 4! Da sieht man mal wieder! Timman ist viel zu aggressiv, wenn er Battlefield spielt! Ja! Ja! Oh! Timman macht... Timman beweist Skill! Timman... Zeigt den... Noobs, wie das geht! Ja! Gott! Herzlichen Glückwunsch! Weißt, ich baue selber Jump'n'Run-Maps... Kann's aber überhaupt nicht! Ich auch! Ich bin froh, wenn ich ein Sprung schaffe! Ich hab mal eine mit Timo zusammengebaut! Ich hab... Das ist relativ... Ja, ich... Ich bin doch bei einer grad! Ich fand die ganz lustig! Wir hatten so einen lustigen, ähm... Wir könnten ja mal die ersten von Lave spielen! Ach, die ich auf dem anderen Kanal hab! Ja, genau! Die könnten wir echt mal spielen! Los geht's! Kisse! Los geht's! Nein! Ich hab Mollschwech! Oh! Oh! Ich hab gar nichts wieder mal... War zu erwarten! War ja von Anfang an zu erwarten! Ich mein... Lag nicht! Hier muss doch ne Kiste sein! Hier muss ne Kiste sein! Da ist ne Kiste! Ach, nur ein Bogen! Kacke! Aber ganz ehrlich! Wieso sammle ich eigentlich was? Ich werd auch eh gleich wieder random gekillt! Ja! Ja! Ist so! Lauf! Theoretisch... Theoretisch muss man, wenn die Runde anfängt, schon im Tester sein! Ja, ich wurde auch eben mit nem Tester getötet! Also... Wayne! Ja, ich hab... 10 Sekunden! Run, bitch! Nein! Ich bin runtergefallen! Lauf! Tester! Tester! Ich bin meiner! Aha! Wir wollten uns doch nicht sagen, dass wir sind! Stimmt, bin ich meiner! Ich bin... Ich bin aber auch meiner! Also ich hätte jetzt gedacht, meiner wär' egal! Ey, der Tester! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Da ist der Tester! Mach auf! Theelmann hat Angst! Ähm... Ich bin Tester! Ich bin Tester! Siehst du das? Siehst du das? Ich bin Tester! Guck dir... Guck dir mich an! Guck! Guck! Ich bin innocent! Hier! Siehst du das? Was? Kann ich jetzt das Kommentar besser? Was? Also man kann die Leute testen oder irgendwie sogar... Wichtig vielleicht! Ach du bist... Du bist Detective! Ja! Ich bin Detective! Ich bin Kommissar! Ja komm doch mal zum Dings! Zum Tester! Bin unterwegs! Äh, wo waren wir? Bei der Wüste! Bei der Wüste! Boah! Boah! Weißt du? Ja! Ey! Euch vergraben! Ich bin natürlich draufgegangen! Ja ich auch! Fuck! Er hüpft hinter mir einer! Ich habe schon gleich getötet! Pass auf! Da ist einer mit Eisenschwert im Tester! Ich bin beim Tester! Adi! Pass auf! Im Tester ist einer mit Eisenschwert! Sieh mal wieder rein! Geh da raus! Obwohl du bist noch am sichersten! Weißt du? Da ist ein Ding draußen! Wenn der ein Eisenschwert hat, schlag einfach sofort auf ihn rein! Der Typ da mit dem Eisenschwert, der gerade rein geht mit dem karrieten Hemd! Ne ne! Der hatte normalen Skin! Echt? Deswegen schlagen die sich jetzt auch da drin tot, ne? Ne! Jetzt nicht mehr! Alter! Wie ich hier rumschreie! So! Musik aus! Puh! Das geht mir so auf die Nerven, diese Random Killer! Bist du auch draufgegangen? Ja klar! Weißt du denn? Der wirst auf eine Granate! Wow wow wow! Pass auf! Pass auf! Der Tor ist nicht! Der Iron Man ist böse! Der Iron Man ist böse! Der Iron Man ist böse! Lauf! 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 Hast du den Bogen? Ja! Benutz Bogen-Skills! 3, 2, 1, umdrehen! Sehr gut! Ja der war's geklappt! Das ist ja nicht so! Nicht vor die Spieler erstellen! Ich wurde weggeported! WTF! Na ja toll! Hab ich das für eine Battle verpasst! Ich hab deinen Pfeil abgefangen! Echt? Leul ich wurde auch vor die... Ich wurde auch weggeported! Ja danke! Jetzt hat's bei mir wieder geleckt! Ja ich... Ich hab die übelsten Bogen-Skills! Hab ich grad bemerkt! Wissen wir doch alle! Also hier wieder Skillrunde hoch 10! Bevor die Spieler erstellen Mama! Also man sieht... Ähm... Unser Team... Ach du bist auch schon tot! Ist... Ähm... Ne? Vielleicht sollten wir doch gleich nochmal ne Runde spielen! Nicht wie die anderen! Man könnte denken wir wären schlecht! Aber das liegt natürlich alles daran, dass wir... Ja ähm... Wir spielen extra schlecht, wenn die anderen auch eine Chance haben! So großzügig sind gegenüber den anderen! Ja! Ja natürlich! Wir machen das mit Absicht! Wir wollen dass die anderen gewinnen! Ja klar! Weil wir dann... Wie der Phönix aus der Asche auf... Äh so... Ja genau! Was wir heben wollen und dann alle fertig machen! Unsere Zeitung... Ich sag's dir! Das hier wird meine 6.000 Karma-Runde! Ich sag's dir! Und Tim man labert einfach mal wieder kompletten Bullshit! Noch ne Runde? Ist das hier auch so, dass wenn man unter... äh... 0 Karma hat, dass man dann gebannt wird? Noch ne Runde? Habt ihr schon geliebt? Ne... Ne... Ich glaub das reicht für das erste Video! Es ist sogar ziemlich langweilig, wenn wir die ganze Zeit drauf gehen! Naja... Vielleicht kommt ja auch noch ne zweite Folge, wer weiß! Ja auf jeden Fall, oder? Wenn ich mit euch nochmal aufnehmen will! Irgendwann anders! Ja wenn du noch mit nem...